Boah, das ist ein Ungeheuer. Und wenn er mich mit dem Bogen abschießt... Oh, oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nein, nein, nein. Okay, zweieinhalb Herzen. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Enderkits. Wir haben heute das Kid Bomber und der Bomber hat jetzt einen neuen, ich sag mal so, Buff bekommen. Und der Bomber macht jetzt größeren Schaden, plus man erhält den Kill so gut wie immer. Mit dabei haben wir heute wieder den Marek. Hallo. Hallo. Und ja, es war jetzt ja so, dass vor ein paar Tagen wir das Kid schon mal aufgenommen hatten. Und das wäre auch eigentlich planmäßig heute gekommen. Aber wir haben herausgefunden, dass der Bomber da irgendwie so einen Bug hatte und man dadurch keinen Umkreisschaden hatte. Also das heißt, der Bomber hat einfach keinen Schaden im Umkreis gemacht. Und das wollten wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir das gleich mal gemeldet und dann wurde das gleich mal gefixt. Deswegen nehmen wir das jetzt neu auf. Genau, so ist es. Genau. Und zwar, Marek, wir haben uns heute ein kleines Thema draus gepickt. Und... Du kannst ja schon mal anfangen. Also Leute, ähm... Nee, du kannst ja erst mal erklären, um was es überhaupt geht. Also es geht um das Thema, nämlich auf gomma.de Freundschaften fragen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, also jetzt bei Boomstoggy, hat wirklich jeden angenommen. Also so gut wie jeden. Und, ähm... Jetzt auf einmal haben sich viele gewundert, hä? Hatte doch den Boomstoggy als Freund. Oder ich hatte doch den Marek als Freund. Äh, warum habe ich die jetzt nicht mehr als Freund? Ja, ähm... Der Grund ist ganz einfach. Also es war halt so, dass halt immer mehr Leute, immer mehr Leute Freundschaften fragen gesendet haben. Und es war dann irgendwann so viel, dass man einfach nicht mehr hinterher gekommen ist. Konnte man einfach keine mehr annehmen. Und wir wollten einfach nicht so ungerecht sein. Und die anderen, die auch Freund sind, wollen mit uns einfach nicht annehmen. Und deswegen haben wir gesagt, okay... Äh, wir sind jetzt, äh, fair zu allen. Und, äh... Löschen halt einfach alle. Und ihr könnt dann trotzdem mit uns spielen, wenn wir auf dem TS sind. Aber das erklärt euch jetzt nochmal der Thomas. Also es ist so, ähm... Ich zum Beispiel muss echt sagen, dass... Ich wirklich, also ich habe wirklich ausnahmslos jeden angenommen. Einfach aus dem Grund, da ich es gerne möchte, mit der Community zu spielen, ne? Es ist ja nicht so, dass ich sage, so... Äh... Ich möchte nicht mit euch spielen oder so. Natürlich, ich möchte es mega gerne. Und mir macht das auch richtig viel Spaß. Nur mein Problem dabei ist halt... Wenn ich jetzt jeden Einzelnen annehmen würde, dann wäre das zu viel. Weil... Ich habe ja jetzt einen YouTuber ran und das fällt natürlich extrem auf, wenn man da in der Lobby ist. Und wenn dann da richtig viele... Erst im TNT... Oh, ich habe das TNT platziert. Okay. Aber ich habe ihn, glaube ich, nicht damit getötet. So, in der Perle. Ähm... Und... Keine Ahnung. Das finde ich halt dann so ein bisschen... Kacke. Also, ich habe lange überlebt... Äh... Überlebt. Ja, überlebt auch. Und überlegt, ja... Soll ich jetzt die Freundschaftsanfragen löschen oder nicht? Und dann hat man gesagt, ja, lösch sie, weil... Ähm... Es macht ja eh keinen Sinn, wenn... Guckt, Leute. Das ist so, wie wenn du jetzt... Äh... Naja, wie soll ich sagen? Ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel. Du bist in der Klasse und der Lehrer, ähm... Kauft... Sagen wir mal, die Klasse besteht aus 30. Ich schule an 15 Leuten ein Eis und 15 Leute... Und die anderen 15 Leute möchten auch gerne ein Eis, aber der Lehrer sagt, nee, das ist ihm zu viel Geld. Ähm... Dann würdet ihr es auch unfair finden, dass die anderen 15 ein Eis bekommen haben, aber ihr selber nicht. Und das ist halt immer so eine Sache. Ich möchte es irgendwie gerne allen recht machen und deswegen wollte ich alle gleichberechtigen und sagen, entweder bekommen alle eine Freundschaft oder es bekommen überhaupt keine Freundschaft, nur ebenso meine Freunde. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschlossen, dass es nur meine Freunde bekommen. Aber, äh... Ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wenn ihr das verstehen könnt, dann, äh... Wird es mir echt viel bedeuten, weil... Viele werden das wahrscheinlich nicht nachvollziehen können. Und ich hoffe einfach mal, dass es der Großteil nach... Äh... Vollziehen kann. Und... Wir haben uns da deswegen eine Lösung überlegt. Ich möchte ja trotzdem noch mit euch spielen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, wenn ihr auf den nichtnilo.tsyoutube.de.ts seid, ähm... Steht nochmal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr mit mir spielen. Wenn ich dann sage, oh, so, jetzt hätte ich Bocken, mit ein paar Abonnenten zu zocken, dann move ich euch alle in einen, äh... öffentlichen Channel, da kann dann kommen, jeder, wer möchte. Und ich lade die Leute dann in eine Party ein. Also das hat immer was damit zu tun, ob ich gerade Zeit habe oder nicht. Und dann lade ich euch in eine Party ein und dann können wir auch ganz gechillt spielen. Aber immer dieses, ja, unbedingt mit Freundschaft und so weiter, ist derzeit leider schon so ein bisschen schwer. Ja, oh, wie ihr das jetzt gesehen habt, hat der jetzt schon Schaden von mir kassiert und Marek, lebst du noch? Ja, ja, ich lebe noch. Ja, das finde ich ja toll. Dann strimm ich gerade. So, perfekt, wir haben schon eine ganz gute Ausrüstung. Oh, 8 Blöcke. Oh, Marek, ich bin's. Ich bin's. Oh. Hab ich mich jetzt erschreckt. Puh, ich glaube, ich werde gleich geportet. Ich bleib mal hier neben dem Schwein, solltest du geportet werden. Äh, denn ich hab den Kill davor ja auch zum Glück mit dem Schwein hier gemacht, auch wenn der überhaupt keine Ausrüstung hatte. So, ich hab ein bisschen Angst. Oh, da unten ist jemand. Er weiß mal, dass wir... Oh, der ist unsichtbar. Okay, und? Ich hol ihn mir. Komm schon. Das müsste meiner sein. Oh, ich schlage einfach... Oh, ich wurde geportet. Oh nein, nein. Ich wurde geportet. Hat er dich erwischt? Nee, noch nicht. Ich lauf noch. Okay. Ich beeil mich, dass ich da jetzt ganz schön wieder hinkomme. Ja, wäre gut. Aber da war auch leider kein Tier in der Nähe. Das da vorne ist das Ungeheuer. Aber es tut ganz schön weh, wenn mich der einfach so schlägt. Okay, hab ihn, hab ihn. Okay. Hinter mir ist... Hinter mir ist noch der eine Typ, der mich halt mit dem Bogen abschießt. Oh, das ist ein Ungeheuer. Und wenn er mich mit dem Bogen abschießt... Oh, oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Nein, nein, nein. Okay, zweieinhalb Herzen. So, ganz schnell weg hier. Oh, 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 oh. Ich versteck mich jetzt hier mal bei den Tieren. Wir sind die Letzten mit dem Typen, ne? Okay. Okay. So. So. Wenn man gut mit dem Bogen schießen kann, echt richtig gut. Aber wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Er ist auf jeden Fall in der Nähe hier. Okay. Dann... Weil ich war auch in der Nähe. Komm ich auch mal. Okay. Ich geh jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob... Aber ich hab nur drei Herzen. Das ist ja das Problem. Ich hab auch keinen Dank der Regeneration. Deswegen halt lieber ein bisschen Abstand von mir. Ja, ich hab hier einen für dich. Oh. Oh ja. Ich glaub ich werd... Du wirst gleich geportet. Okay, vielen, vielen Dank. So. Erstmal weg mit dem. Und... Ja, ich glaub wirklich, dass ich auch gleich geportet werde. Und dann gucken wir einfach mal. Auf jeden... Oh, wir beide wurden geportet. Gut, dann geh ich jetzt mal weg. Vielleicht erfasst mein Tracker ja dann den anderen Spieler. Auf jeden Fall, Leute. Ich konnte euch jetzt in der Folge hoffentlich ein bisschen zeigen, wie das Bomba-Kit funktioniert. Okay, dann komm ich jetzt wieder schnell zurück. Es ist halt möglich, TNT mit der Hand zu platzieren. Das zeig ich euch jetzt auch gleich nochmal. Und es ist halt auch möglich, dass man... Wo ist er denn? Von wo schießt er denn? Ja. Irgendwie... Ach. Oh mein Gott, okay. Ist er gut ausgerüstet? Oh. Äh, geht so, geht so. Nee, eigentlich nicht. Okay, okay. Komm schon. Er holt sich einen Speedblock und geht ins Wasser. Ups. Hab ich dich getroffen? Oh, ich sterbe. Okay. Ja, ich hab ihn, Alter. Gut. Naja, GG. Wir waren zu zweit. Naja, okay. Mit dem Team. Äh, ja, das wollte ich auch noch sagen. Und zwar die Leute, die da gestern geschrieben haben, so... Äh, die machen Team im Endergames Dislike an euch. Wenn ihr das hier seht, das wurde ans Gommeteam gemeldet. Und die Leute bekommen dann natürlich auch einen Bann. Also, wer da glaubt, uns beleidigen zu müssen, nur weil wir vielleicht, äh, keine Ahnung, YouTuber sind unter dem Team, das ist echt schon ein bisschen schade. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weg. Und ich würde sagen, sobald dann da steht 100 Blöcke, dann können wir auch anfangen zu fighten. Alles klar. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also, ihr könnt natürlich weiter mit dem, äh, Bums, dem Bums-Sorgi zocken. Dann auf jeden Fall auf den TS kommen. Dann könnt ihr sogar mit ihm reden. Nur Freundschaften anfangen ist einfach nicht möglich, weil es bringt euch selber nichts, weil es sind so viele. Ja, nicht dann einfach mit einer Person eine Party machen, aber es wollen 100 andere auch. Das wäre doppelt ungerecht. Also, mit einem Team zu sehen ist einfach eine bessere Lösung. Und seht das jetzt einfach nicht negativ, sondern einfach positiv, dass er euch einfach noch die Chance gibt, einfach mit ihm Kontakt aufzubauen. Ja, genau. Also, mir macht es ja Spaß, mit euch zu spielen. Und, ähm, das ist ja auch überhaupt nicht negativ gemeint, wenn ich sage, so, ja, ich lösche jetzt meine Freunde. Ähm, aber es ist halt einfach ein bisschen zu viel. Das muss ich halt einfach sagen, so. Okay, go. Guck ich mal, ob wir gegen den lieben Marek eine Chance haben. Ich, ich weiß ja sowieso, was er für ein Kid ist, weil mir sowieso wieder von vornherein klar ist, dass er wieder Schinken ist. Natürlich. Oha. Was denn auch sonst? Marek? Ich muss dich leider töten. Es tut mir leid. Oha, nicht ins Wasser gehen, nicht ins Wasser gehen. Oh, oh. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Marek? Okay. Hä? Die hat nicht funktioniert. Null. Nein. Oh. Oh, das war ein Fehler, Marek. Ja, ja, ja. Das war ein Fehler. Ne, weg. Nein. Oh mein Gott. Marek. Nein. Oh, da ist die Weborder. Ich greife es überhaupt nicht, weil ich so nervös bin. Ja, ich auch gerade. Oh. Marek, du musst sterben. Nein. Nein. Du bist jetzt im Wasser. Bitte nicht. Verschone mich. Es ist, es ist aus. Marek. Nein. Oh, man. GG. Das war ein Bow Spam over 9000. Naja, auf jeden Fall, wie ihr seht, es sind jetzt keine Leute, die mich spectatet haben und irgendwie dann schreiben, oh mein Gott, Boomsoggy, Boomsoggy, Boomsoggy. Das ist halt auch sowas. Natürlich kann man die Toggle-Jumps ausstellen, aber ihr müsst euch mal überlegen, ähm, naja, wie soll ich sagen, die Leute können über andere Freunde dann vielleicht Marek nachjoinen oder wenn ich dann hier auf meine Freunde gehe, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, wie viele, wie viele, ähm, Listen ich da hatte, irgendwie 27 Seiten oder so und wenn ich dann da eine Person suchen möchte, wie Marek zum Beispiel, dann müsste ich da durchblättern und, äh, durchblättern und das ist mir halt ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu viel und, äh, ja, deswegen wundert euch nicht, warum die Freundschaft weg ist, aber am besten einfach auf den TS kommen, Link in der Videobeschreibung und dann können wir da gerne mal ein bisschen spielen. Aber wie gesagt, nicht aufdringlich werden, sonst, äh, wird euch jemand vom Team im TS bannen. Deswegen einfach kommen, Spaß haben und das war's. Gut, Leute, also mein Fazit zu dem Kit Bombay ist, es wurde jetzt auf jeden Fall wieder stärker gemacht, also ich habe jetzt auf jeden Fall wieder den Eindruck, dass sich das Kit wieder lohnt zu spielen. Es ist nicht zu stark, da der Radius jetzt auch nicht irgendwie ultra weit geht. Es ist ein, finde ich, jetzt ein schönes Kit geworden, mit dem man gerne spielen möchte und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen, bei Marta könnt ihr auch gerne vorbeischauen und das Kit lohnt sich auf jeden Fall, also ihr könnt es euch gerne holen. Gut, Leute, haut rein, macht's gut und ciao. Ciao.